Die Flugzeit von Chicago Unsere Flugzeit heute nach Chicago beträgt 9 Stunden und 30 Minuten. Die ganze Besatzung wünscht Ihnen schon jetzt eine angenehme Reise. Die Safety-on-Board-Card zeigt die verschiedenen Proceduren und die Anwendung des Safety-Equipments. Bitte studie die Card vorsichtig. Orders von der Crew und Regulatoren müssen alle Zeiten folgen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Hier ist es ein wenig zu sehen. Oder nach oben. Die Verkaufelung von zwei Räuesten Straf. Der Abenteuer in der Infernung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bitte verbinden Sie dazu Ihr Gerät mit SwissConnect-Netzwerk und folgen Sie dann der Anweisung. ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2018 ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.